Hi, mein Name ist Paolo Manesi, globaler Produktmanager für kompakte Radlader. Nachdem wir bereits zwei Jahre auf dem Markt sind mit unserem L25 Electric, würde ich euch heute gerne den neuen L25 Electric vorstellen, mit all den neuen Benefits und Features. Wenn wir vorne an der Maschine anfangen, haben wir zusätzlich zur bereits heute verfügbaren Z-Kinematik auch nun die P-Kinematik im Angebot. Weiterhin haben wir Verbesserungen in der Leistung des Antriebsstrangs vorgenommen. Das bedeutet, wir können heute mit der Maschine 20 km h fahren. Obwohl wir schon heute im Vergleich zur dieselbetriebenen Maschine einen enormen Fortschritt im Bereich des Geräuschpegels erreicht haben, haben wir an dieser Maschine weitere Verbesserungen vorgenommen. Wir haben das Hauptschwelleventil aus der Kabine genommen, in den Vorderrahmen gepackt, um alle Hydraulikflussgeräusche aus der Kabine rauszunehmen. Weiterhin haben wir eine neue Hydraulikpumpe eingebaut, um eben weitere Verbesserungen im Bereich des Geräuschpegels zu erreichen. Die nächste große Verbesserung, die wir an dieser Maschine vorgenommen haben, ist an unserem Onboard-Ladesystem. Wir gehen von einem 3-Kilowatt-System zu einem 6-Kilowatt-System. Das bedeutet, vorher benötigten wir 12 Stunden für eine Ladung von 0-100% an einer 400 Volt 16 Ampere CE-Dose oder an einer öffentlichen Ladestation. Und nun benötigen wir nur 6 Stunden. Was haben wir noch an unserer Maschine aktualisiert? Wir haben unsere Scheibenbremse durch eine wartungsfreie Nass-Lamellenbremse ersetzt, die uns dazu befähigt, unsere neue elektrische Parkbremse einzuführen, zudem auch unsere neue Hill-Hold-Funktion. Weiterhin haben wir unseren neuen ergonomisch geformten Joystick in die Maschine eingeführt, mit dem neuesten verfügbaren Design auf dem Markt. Zuletzt haben wir auch eine programmierbare Kabinenheizung eingeführt. Hier können wir Tag und Zeitpunkt festlegen, wann wir eine warme Kabine morgens an der Baustelle vorfinden wollen. Mit all diesen Neuerungen bringen wir den L25 Electric auf ein komplett neues Level. In Bezug auf Produktivität, Komfort und Maschinenverfügbarkeit. Aber bitte vergesst auch nicht, einen Blick auf unseren brandneuen L20 Electric zu werfen, der alle diese Neuerungen natürlich auch inkludiert. verfügbar mit der P-Kinematik und der Option zwischen zwei Batteriepaketen, entweder 33 kWh oder 40 kWh. Danke fürs Zuschauen! Mal direkt Folge Mal direkt Mal direkt kleine